Mein Lieblings war in der Schule über Sport und Deutsch. Sport oder Mathe? Sport. War einfach das Beste immer. Bio und Chemie tatsächlich, einfach weil es mich total interessiert hat. Sport. Fand ich mal ganz gut, weil ich glaube Sport können wir einfach. Und da gab es auch immer gute Noten. War mein Lieblingsfach bei Mathe und Sport. Sport und Französisch. Sport und Mathe. Hat mehr Spaß gemacht als Chemie. Eher gut Sport, weil man generell viel Fußball dann als Sport auch hatte. Und das immer viel Spaß gemacht hat. Sport. Ja, weil man sich dann bewegen konnte. Sport natürlich, weil ich gerne Sport treibe. Ja, wenn wir in der Schule kochen waren. Das war wirklich toll. Ich konnte ein Kegel oder so. Sport natürlich, weil eigentlich konnte ich jegliche Sportern ganz gut. Deswegen fand ich es immer ganz cool.